los geht's ja gehen wir zu 30 guter punkte ein team bei uns okay das ist nur einer der das war ganz system kann sein dass wir im profi haben der hat er ausgewählt oder wo wir landen ja zuerst also als erstes mal das ganze zeug wegschmeißen was er nicht brauche und eine smg oder eine also ist einfach wieder auf jeden fall brauche der andere hat ein snowmobile gefunden heizt gleich los meist er will dass ich aufsteigte mein gott ich steig bei einem random dude auf citronius könnte sein das system da unten so weiter rechts oh mein gott er ignoriert die die supply drop erfährt einfach mitten ins gemetzel ich habe angst was macht er also rechts von uns ist ein ding da läuft einer bei grün da war einer gelegen ich bin oh mein gott der typ ist oh mein gott ich bin ich bin geliefert ich muss zurück zu euch ich habe angst der typ ist doch volle kasper was macht denn der nein 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 sobald ich bei euch bin steige ich ab als ich die chance habe ohne zu sterben okay aber kann gut driften das muss man lassen okay sniper und wo mein marker yes rudermarker haben wir sie genug dich oder ein habe ich gekillt okay gibt keine revive session dann lass mal hier raus die treffen wir haben keine deckung hier ist ein scheiße sehr mark hinter dem baum oder mark hat sich ein gesmolk die drohne ist pusht ok good luck ah wird jetzt von der zone raus gepusht oh die sind hinter einem stein ja hinter dem gelben oder was ja die werden wieder raus gepusht werden ich bin weg oh shit die sind echt nicht schlecht die dudes ey ist halt zu zweit oh shit jetzt kommen die passen oh fuck oh ich bin gelockt naja das wird nix ich muss jetzt du bist ja leider in der zone gelockt geh zurück zu meiner granate bleib liegen warte mal ah shit ich hab noch kein keybind für carry fuck ich hab noch kein keybind für carry aber es war trotzdem ein cooles match eigentlich ja zum unter werden ich find das eigentlich nicht schlecht um ehrlich zu sein das macht echt laune ich hab das unterschätzt ich hab das nie gespielt aber mittlerweile find ich's gut gestern hat einer im chat geschrieben ich soll das mal spielen und ich hab erst gesagt nein ich hab da keinen bock drauf dann hab ich gespielt und es hat ultra spaß gemacht ok dann machen wir mal ganz normal machen wir mal casual oder casual mode ja ich kann heute bis 10 circa ist ok ist ok ich nehm noch auf ich wollte so sagen morius was für ein schnurrbart hey sieht so angeklebt aus moustache 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 ja ich hab gesehen dass der ding dass der eine voll drauf gedrängt hat ja aber aber das ding das battle royale ist eigentlich nicht schlecht so ein bisschen um rein zu kommen und ein bisschen die letzten phase ein bisschen zu trainieren weil normalerweise hinsicht du hast feinde auf weiter Entfernung aber die letzte phase da bist du viel zu selten drin ja das stimmt der und bei battle äh bei dem äh der hasho quasi die letzte phase das ist grad äh ich finde ich finde es nicht schlecht aber wir haben ein random dude im team ist egal mit dem müssen wir jetzt zurecht kommen 400 level 400 das ist das das passt ja wo geht man das schlechteste ne das ist die zahlen sagen echt überhaupt nichts aus ähm wo geht man raus wollen wir jasnaja oder jasnaja ist ganz gut glaube ich oder wir machen kamen nishi das ist da haben wir unsere ne jasnaja ist besser machen wir jasnaja äh bei den hochhäusern bei 1 oder mehr ungefähr wo willst du hin ich würde ich würde ins polizeirevier ok falls man das falls man das schafft schau ich ins gefängnis ja reis oh god ich folge dem hey ich check's nicht wem folge ich ich ne zitronius folgen doch und zitronius echt bist du soweit jaja oh shit ich hab dir gefolgt scheiße was geht da ab das ist nicht so schlimm die anderen sind schon alle unten kacke nicht so schlimm nicht so schlimm nicht so schlimm das die lassen die lassen uns die die polizeistation schon glücklicherweise keine buntschirme am start kann man über die dachfenster da rein nicht oder shit boah ey die session mit amber die war krass habt ihr die gesehen ach ne konnt ihr noch nicht sehen hab ich noch nicht hochgeladen ach das war echt also die das war übel man die ist echt ne andere liga ey das ist ultra ja stimmt zitronius war dabei ey das ist halt einfach crazy wie die abgeht das ist einfach fucking crazy shit ich hab noch keine waffe ey das gibt's noch totgarnhof liegt hier betronius bist du das ja schießt er auf ihn der ist in dem haus gott ich verpasst die party glaube ich da vorne sind welche ich hab keine waffe bei mir liegt bei mir ist ne mini irgendjemand hat gerade auch nicht geschossen ach da haben wir noch ich bin nur noch fleißig am looten so ich komme zu euch bin jetzt einigermaßen gut gelootet hier doch bei grün waren welche und bei mir wuselt es noch irgendwo ich weiß aber nicht wo ich habe gerade schritte gehört bei grün ist noch okay dann muss ich jetzt auch passen mal schritt bei orange diese russen mg ist nicht schlecht ich dachte schon der zeitberg ist ein bot der auf mich schießt gerade eben ich hab keine besseren waffen was ist los du hast du ne pumpe ich hab nichts besseres na die pumpe ist pass auf hier wuzzelt einer rum die pumpe ist genial da sind zwei leichen ja die haben nix da ist gerade eben einer rumgelaufen wo ist ein zitronius ich bin noch in der polizeistation vierfach danke die knarre hört sich so geil an das ist eigentlich das coolste an der knarre das geräusch gegen meinen herzinfarkt wenn hier mir einer läuft ich habe hier irgendwo ein genockt aber ich sehe nicht mehr ich brauch ne waffe gehen eins von den häusern hol dir eine einfach irgendwo rein wurscht irgendwas wurselt wieder hier ja ich höre es auch weiß aber ich weiß nicht wo es ist sein dass sie in irgendeinem von den häusern rumeiern da habe ich auch einen genockt gehabt und ich habe noch nicht das ist bei uns in der nähe wurselt noch ein knock in dem arme des solberg in dem haus den typen den ich den typen den ich genockt hatte vorhin der ist auf jeden fall jetzt weg der ist auch weg i fell in love with the dp 28 die ist einfach geil da hinten noch heute noch eine dmr falls ihr sowas findet würde dmr ja mini im herrn rektor liegt da aber eine dmr sie jetzt nicht der andere die unterten dacia kunden ok hat sich erledigt ihr habt alles von der stehen so auf der straße gegner hier an meinem mark oben im wizard tower ist eine sind sie im haus oder was sind die roter marker ist gerade aus dem wizard tower wieder raus gelaufen ich glaube der andere dude schießt drauf so Die lernt auch sauschnell nach, diese Russen-MG. Das finde ich echt bemerkenswert. Und noch ein bisschen hier pushen. Da waren noch welche, die noch voll den Zweck machen hier. Ja, da ist noch einer. Zitrone, das hat die Lunte gerochen. Oh, mein Fahrzeug. Hinter dem Rot-Haben. Ach so, das ist unser Dude. Ja. Ich steige nicht gern bei fremden Leuten ins Auto. Das fühlt sich so falsch an. Das haben sie uns in der Schule schon beigebracht, dass man das nicht machen soll. Warum steigt er aus? Er hat keinen Bock zu verarmen, doch. Oh boy. Oh boy. Mein Marker. Du schießt rechts. Na links, links, links. Ich habe sogar, glaube ich, getroffen. Ausgenommen. Ich habe recht wenig Boost-Items fällt mir gerade auf. Ich auch. Und Munition auch. Wir bräuchten noch mal eine Loot-Ecke. Wollen wir nach Rossop? Ich kann leider nicht auf ihn einwirken. Ich kann nur den Marker setzen. Ich habe mich gemutet im Game-Chat. Boah, es ist im Vergleich zu den Zocken mit Amber ist es wie so eine Art, äh, wie so eine Art Kur. Boah, das ist ein Loch. Bleib hier stehen, ja, das ist eine gute Idee. Ich gehe hier raus, es ist mir zu heiß. Ich pushe da oben auf den Berg da. Ich will hier nicht auf der, auf dem... Gegnerisches Team. Gegnerisches Team. Boah, boah, boah. Äh, bei meinem Marker. Aha, Fahrzeug. Ja. Ich fahre ein Auto weg. Nur aufpassen, dass wir nicht von hinten noch eine reinkriegen. Das war blöd. Aber hinter uns sehe ich jetzt niemanden zumindest. Da war auf jeden Fall schwer. In dem Compound? Unser Buddy bleibt oben. Naja, er holt das Auto. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber so wie derjenige gelootet hat, war sein Bot. Noch viele Wuster rum. Wolltest du nicht noch eine, äh, ne, DMR hast du gedacht hast, John? Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, die russische Mosin. Mag wer ein Achter? Ich hab eins eingesteckt. Ich hab ein Sexe mit dem Sexe bin ich happy. Oh, ne, SNR. Der Typ ist witzig. Ich mag den. Ich mag den. Wir müssen ihn zu unserem Discord einladen. Ich mach mal meine Audio-Settings an, dass er mich hören kann. Obwohl, lieber nicht. Am Schluss erzähle irgendeinen Schmach. Dann muss ich das Video löschen. Buggy vorne vor uns. Und scheiße, das sind schon welche drin. Scheiße, das sind schon welche drin. Smoke, smoken, bull, bull. Scheiße, ich hab da, Anna, du hast doch, okay, shit. Smoke hab ich dann jetzt verkackt, egal, mein Fehler. Bei grün war auch noch einer. Bei grün war auch noch einer. Bei grün war auch noch rumgelaufen. Das sind aber, glaub ich, Bots gewesen, ne? Die anderen Typen waren sonst... Den einen hab ich grad weggemacht. Ich hab bloß einen... Okay, dann passt. Ja, den einen hab ich grad weggemacht. Bloß nicht, dass er uns in den Rücken reinläuft. Naja, interessanterweise, das war ein Bot, also der war allein und war ein Bot. Das war jetzt jetzt der Buggy-Fahrer, wo wir jetzt plattgemacht haben. Ja, ja. Ja, ja. Äh, einsteigen oder laufen oder was machen wir? Was hat denn der vor? Äh, das weiß ich nicht. Das weiß niemand, das ist ein Problem. Wo will denn hin? Weiterfahren, glaub ich. Aber jetzt brauchen wir kein Auto mehr. Jetzt machen wir... Okay, Saldberg, du bist jetzt... Du bist jetzt Gottes Willen ausgeliefert. Ja, er hat mich angefahren. Oh, geil. Oder ich hab mich anfahren lassen. Egal. Bisher hat er eigentlich einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Unser NPC. Was macht er noch? Ein Taxi aus dem Auto. Dann kann er Taxifahrer spielen. Ja, das ist top. Da freut er sich. Ja, der Punkt ist gut. Hier gefällt es mir. Hier gefällt es mir. Wenn er jetzt stehen bleibt, bin ich glücklich. Ja, bleib stehen. Nice. Ich bin draußen. Jetzt kann er gerne machen, was er will. Und das tut er auch. Sehr gut. Das war der Punkt, wo wir mit Turtles erfolgreich waren. Ja. Da unten ist noch Action. Ich hab nur Schiss, dass... Wir hatten auch ein anderes Team gesehen, in dem das mit dem Auto unterwegs war. Aber ich weiß nicht, wie viele da drin waren. Insofern es kann sein, dass das der Typ mit dem Buggy war dann auch. Und der nur auf dem Buggy umgestiegen ist. Okay, wir müssen in die Zone. Hinter uns wird noch geballert, aber das ist ein Bot, so wie es sich das anhört. Da unten muss irgendwie Action sein. Ich hab mich übrigens immer noch nicht ganz von Amber Server erholt, Zitrone. Das ist... Das ist... Ich muss... Mehrere Liter Baldrian Tee hab ich in mich reinpumpen müssen. Das war... Die Statistiken angeschaut, und der hat doppelt so viele Spiele wie mein Freund. Wirklich? Scheiße. Der hat 5.000 Spielspunkten. Scheiße. Ey, die... Okay, du triffst halt nichts mit dem Ding. Da unten ist noch wer. Ich mag diese Hänge nicht, da wirst man so exponieren. Soltberg, warum hast du da Xmoog? Ja, direkt vor mir Amtstein. Ist das ein echter? Weiß ich nicht. Aber warum hat er Xmoog? Ich hab ihn, glaub ich. Hast du den MSI-Monitor installiert, oder? Ja. Hast du noch nicht bekommen. Ne, ne, der ist bei mir im Nachhinein versandt. Hä, ich seh da niemanden. Da, wo der Smoke ist. Da war einer, der ist schon weg. Da unten ist ein Airdrop. Sag mal, schmeißen die Bots Smokes, oder was? Ja. Okay. Die schmeißen auch richtige Grenaden, Rex. Noch 13 am Leben. Wir haben berechtigte Chancen auf eine Hoffnung. Wer schießt von oben mit der Sniper? Gegner. Über uns ist noch einer mit einer Sniper. Hinter uns. Ich lauf drauf zu. Ja, Moment, nimm doch einen mit. Ist an dem Stein, an dem Baum hier. Ah, äh, gleich ständig Vorsicht, da fährt ein Geländewagen an. Shit, das ist ein echtes Team, Leute. An meinem Marker, Rodermarker. Einmal getroffen. Einmal getroffen. Ich hab keine, ich hab nur einen Smok. Ich glaub nicht genocht. Aber da war jetzt noch, noch irgendwo. Da war noch ein Zweiter, ja. Äh, ein Buggy ist da, da hinten für der Buggy bei Grün. Der müsste genocht sein da oben. Ja, der ist tot. Nee, der ist tot. Den hab ich genocht, ja. Aber da muss noch einer sein. Ich hab noch einen rum eiern sehen. Ja, da ist noch einer. Direkt vor mir. Oh Gott. Treffen nicht. Aber ich bin nicht sicher, ob das natürlich auch ein Boot war, ehrlich zu. Ja, ja, der hat mich die Muni ausgegangen. Vector und eine Scar hatte der. Gut, dann gehen wir mal zum Bult. Bult. Bult heißt er? Bult. Nochmal hoch pushen. Jetzt haben wir es noch mit einem Viererteam zu tun. Also rechts von uns? Sniper von rechts. Sniper, Sniper, Sniper. Ja, ja, die sind da hinten. Da hinten. Äh. Da hinten. Ist einer runtergelaufen. Und es sind Player. Bagi. Bagi. Wir sind zu zweit. Fahren Sie mit dem Bagi. Bagi. Ich geh jetzt erstmal in die Zone. Zum Bult. Ja, ich auch. Aber das waren auf jeden Fall Spieler. Das waren keine Bots. Hast du zwei Teams? Ja, es sind zwei Teams. Ja. Zwei Teams. Ich hör den Bagi auch. Ja. Einen genockt. Einen habe ich genockt. Ich weiß nicht, was mit dem Zweiten ist. Ich muss in die Zone rennen. Da unten ist einer. Roder Marker. Da läuft auch einer. Ach lol, ich habe ihn genockt. Ein Schuss, ein Knock. Ich weiß nur nicht, ob hinter dem... Ist dann mein Marker. Der Roder 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 Marker. Keine Ahnung, wer da jetzt gerade wen revivet. Ehrlich gesagt. Nein, das läuft ja. Das läuft ja. What, das war es schon? Was? Was? Keine Ahnung. Ich habe... Ich weiß nicht, was es ist. Ich kenne nur das Geräusch, was es tut, wenn es tötet. Sag mal. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.